So, wie man hier unschwer erkennen kann, läuft es hier gar nicht bei dem Kanal, etwa 28 Tage alt, 8 Abonnenten und 124 Aufrufe erst, ja, gefällt mir natürlich gar nicht und deswegen wollen wir da mal was machen, hier sehen wir nochmal die Reichweite, ist auch sehr unbefriedigend, sag ich mal, obwohl die Klickrate ja tatsächlich sehr gut ist, nach dem Intro geht es weiter. So, also man soll ja von welchen Lernen die es bereits geschafft haben, hier mit 50.800 Abonnenten, der Kanal 5 Rules, 5 Facts und der bietet auch erfolgreich auf YouTube an, gratis Videokurs, jetzt Dornelrund steht da, drücke ich mal rauf, der Link ist übrigens hier in der Beschreibung unter dem Video. So, dann kommen wir hier hin, hier stehen die Themen, Thema Film, Equipment Video, Audio, Upload und Go. So, YouTube starten in vier Tagen, dann wollen wir uns mal anmelden hier, ok, gebe ich meinen Vornamen ein, naja, ich nehme Testpiloten, Testpilot, ja, und dann natürlich die E-Mail-Adresse, wo ihr uns natürlich immer gerne schreiben könnt, wenn ihr einen tollen Vorschlag habt, was wir denn testen können. So, wie üblich eine Bestätigungs-E-Mail, dann gehe ich mal auf meinen E-Mail-Account und da ist auch schon die E-Mail, bitte bestätige deine E-Mail, einmal raufklicken und dann steht es auch schon, klickt bitte hier, um die E-Mail-Adresse zu bestätigen, der sogenannte Double-Opt-In-Prozess, willkommen im Newsletter. Tadaaa! So, dann sollten wir auch in den nächsten Sekunden schon die nächste E-Mail bekommen, mal schauen. Da ist auch schon, dein Zugangslink ist da, einfach anklicken und schon kommen wir direkt zum Kurs, sehr gut. So, dann gucken wir noch einmal schnell durch, hier bietet er auch gleich eine Erweiterung an, CashTube Masterclass, Lektion 1, Kanalthema, Kanalthema finden, die nächste Lektion wäre das Equipment, ja, so, ist ja gut aufgebaut, wie ich finde, hier ist die nächste Lektion, vierte Lektion, Upload und Optimierung, zur finalen Lektion, bereit für Vollgas, also er bietet sogar mehr an, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Genau, das werde ich mir jetzt einmal alles angucken und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, ich habe mir den Mini-Video-Kurs jetzt im Gesamten angeguckt und kann mich nicht beschweren, ja, tatsächlich zwei, drei Stunden habe ich gebraucht und sehr viele Informationen dafür, dass es kostenlos ist und sehr, auch teilweise tiefgreifend, zumindest bei Video- und Audiobearbeitung. Und ja, also, alle Grundlagen sind auf jeden Fall geklärt, ja, also der Link zu diesem Mini-Video-Kurs ist hier unter dem Video, in der Beschreibung. Einfach anklicken, angucken, ja, und nachmachen, ja, befolgen. Ich habe jetzt schon mitbekommen, dass ich tatsächlich so einiges falsch gemacht habe. Also, auf jeden Fall habe ich dazugelernt und, ja, nur zu empfehlen. Fünf von fünf Sterne, kann hier meckern, gute Sache. So, das ist die Mist. So, das ist die Mist.